Ja hallo schöne Grüße aus dem Wald. Bin gerade wieder beim Holzfällen. Das ist eigentlich meine Lieblingssonntag Beschäftigung. Ab und zu hat es geregnet, aber es klingt ganz gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja mal wieder eine gute Ladung dabei. Das ist ungefähr eine Tonne Holz drauf. Jetzt bin ich aber kaputt. Jetzt wird nach Haus gefahren und dann wird es gestapelt. Na ja. Wieder mal einen schönen Sonntag gehabt. Aber im Wald, da fühlt man sich wirklich wohl. Das ist eine richtige Erholung hier. Ja. Ja. Ja.